Das Leben und das traurige Ende von F. Scott Fitzgerald F. Scott Fitzgerald wurde am 24. September 1896 als Francis Scott Key Fitzgerald in der Stadt St. Paul in Minnesota, USA, als Sohn von Edward Fitzgerald und Molly Fitzgerald geboren. Er wurde in eine Adelsfamilie hineingeboren. Sein Vater war zum Zeitpunkt seiner Geburt leitender Angestellter bei Proctor & Gamble. Bis zum Alter von zwölf Jahren lebte Fitzgerald in Buffalo, New York, wo er am Holy Angels Convent studierte, bevor er sich an der Narder Academy einschrieb für Details. Im Jahr 1908 kehrte die Familie in ihren Heimatstadt Minnesota zurück, nachdem Fitzgerald als Vater Edward von Proctor & Gamble entlassen wurde. Paul Academy, in seiner Heimatstadt. In seinem ersten Jahr an der St. Paul Akademie. Fitzgerald wurde im Jahr 1911 an die berühmte Newman School in Hackensack, New Jersey, geschickt. Während seiner Zeit an der Newman School wurde er von seinen Lehrern ermutigt, aufgrund seiner Fähigkeiten als Autor. Scott schrieb sich an der renommierten, Princeton University, ein. Er verließ die Universität 1917, da er seinen Akademikern nicht neben seinen literarischen Bestrebungen nachgehen konnte. Er meldete sich zum Militär, nachdem sein Manuskript für den Roman, Der romantische Egoist, von einem Verlag abgelehnt worden war. Im Jahr 1918 kehrte Fitzgerald nach dem Ende des »Ersten Weltkriegs«, nach New York City zurück und nahm eine Stelle in einer Werbeagentur namens »Bären Collier«, an Seyer, ein Mädchen, in das er sich verliebt hatte. Er begann mit der Arbeit an seinem ersten Roman, »This Side of Paradise«, und im Jahr 1919 wurde das Manuskript von Scribner angenommen. Das Buch wurde im nächsten Jahr veröffentlicht und wurde schnell ein Bestseller. Der Erfolg des Buches überzeugte seine langjährige Liebe Zelda Sire, dass er mit seinen Schreibkünsten Geld verdienen konnte. Der Erfolg seines ersten Romans brachte ihm Gelegenheiten zum Schreiben bei populären Zeitschriften wie The Saturday Evening Post und Esquire. Diese Zeitschriften waren dafür bekannt, ihre Autoren gut zu bezahlen. Er schrieb auch Kurzgeschichten für sie, um sein Einkommen aufzubessern. Im Jahr 1922 veröffentlichte Scott seinen zweiten Roman mit dem Titel »The Beautiful Endamped«, der das Leben eines Paares aus der Elite der Gesellschaft behandelte. Fitzgerald und seine Frau Zelda zogen 1924 nach Paris, wo sie eine enge Bekanntschaft mit einer Gruppe von Einheimischen entwickelten, die aus amerikanischen Expatriates bestand. Fitzgerald schloss während seines Aufenthalts in Frankreich eine Freundschaft mit einem anderen berühmten Schriftsteller, Ernest Hemingway. Fitzger als vierter Roman »Zärtlich ist die Nacht«, basiert auf seinen Erfahrungen in Paris. Im Jahr 1925 noch in Frankreich, beendete Fitzgerald sein bestes Werk »The Great Gatsby«, das als einer der größten jemals in englischer Sprache geschriebenen Romane gilt. Fitzgerald beschloss, für Filme zu schreiben. 1937 ging er auf der Suche nach Arbeit nach Hollywood. Er schrieb viele Kurzgeschichten für verschiedene Publikationen, arbeitete an Drehbüchern und arbeitete auch eine Zeit lang für MGM. Fitzgerald heiratete am 26. Oktober 1921 Zelda Zeyer, deren Vater Richter am obersten Gerichtshof von Alabama war. Das Paar hatte eine Tochter namens Frances Scott Fitzgerald, die später eine beliebte Journalistin und Schriftstellerin wurde. Der populäre Schriftsteller war Alkoholiker und der Nervenzusammenbruch seiner Frau trieb ihn weiter zum Alkoholismus. Er verließ sie 1937, als er nach Hollywood zog. In Hollywood begann er eine romantische Beziehung mit der Journalistin Sheila Graham. Leider. Am 21. Dezember 1940 starb F. Scott Fitzgerald im Alter von 44 Jahren in seinem Haus in Hollywood an einem Herzinfarkt. Er wurde auf dem St. Mary's Cemetery in Rockville, Maryland, beigesetzt. Auf Wiedersehen F. Scott Fitzgerald Auf Wiedersehen F. Scott Fitzgerald